Ich wollte ja eigentlich Urlaub machen, ne? Wie geht das, wenn man heute, wenn ich heute da auf meine YouTube-Statistiken gucke, und da sehe ich Abonnenten eintausend, toll. Also da freue ich mich, wie Bolle, das ist ja wirklich der absolute Oberhauber. Äh, 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 okay, ein neuer Tag im Paradies, Nebelschwaden im Gebiet und ein schwarzer Rabe fliegt über eine Ladung Weed, auf den Straßen brauch ich Speed, ab jetzt musst du einstecken können, wie ein Ladendieb. Okay, ein neuer Tag im Paradies, wo du Dauerparaschiebst und du dann vor Panik fließt. Ey, ich baller mich dann weg, trotz Waffenallergie, bis der Wahnsinn mich besiegt, sagenhafte Fantasie. Okay, das ist nur schlechter Rap, hier wird zuerst gestreckt, dann kommt das Beste zuletzt. Wir sind schlecht, du bist erbärmlich und frech, der IQ war nur ein Test, doch der Test gibt uns Recht. Seitdem verpestest und hättest du in echt jedem Text, unser schlechtes Geschäft. Du wirst ernstlich verletzt, ey, das ist wie mit Meth. Steckst du deine Nase zu tief rein, wird dir die Fresse zerfetzt. Ja, ich hab tausend Abonnenten gemacht. Das mit den tausend Abonnenten, seh ich locker und betrink mich, denn nach diesem Lied haben tausend Abonnenten schon gekündigt. Also bleibt vernünftig, ich arbeite an nichts und geh nicht auf unsere Seite, denn sonst kriegen wir Klicks. Bitte adde mich nicht und füg mich nicht hinzu, folge lieber dem Führer, aber wir sind nicht cool. Geh auf Flair, seine Seite und Moneyboys Kanal, das ist die perfekte Welle, wir sind so schön verstrahlt. Also Daumen nach unten und die Scheiße nicht geil finden, dummes Kommentar posten, auf deiner Seite einbinden. Baba an der Tastatur, Killer an der Maus, doch löscht ich dein Account, traust du dich nicht mehr raus. Schlechter Rap kriegt Applaus, bequem von zu Hause, ey, Kid lock dich aus und lies doch mal ein Buch, ey. Oder die Juice, es zett meine Crew, tausend Leute hören zu. Ah, ich hab Haus auf die Maus gereimt, ihr Ficker. Danke für die Klicks. Dankeschön für nichts. Danke für die Klicks. Dankeschön für nichts. Danke für die Klicks. Dankeschön für nichts. Danke für die Klicks. Willkommen zum 1000 Abonnenten Special. Keine Ahnung, warum du dir das antust, doch es scheint dir zu gefallen, dass du mit nem Mann schmust. Ich sag CC, doch nicht wie ein Spanier, denn ich zeige mit dem Finger auf dich wie ein Arier. Du hoffst nur auf Hube wie ein kranker Soldat, ich bin faul und dumm, für immer KZH. Das ist Perpetin Rap, du behauptest, ich würd mich nach unten ziehen. Die MDs der Tölle, das ist Pufferblasphemie. Und ein kluges neues deutsches Sprichwort sagt, dass du schon immer nur ein schwuler Stricher warst. Du willst Aufmerksamkeit, ich meine Ruhe haben. Ich lieg auf der Couch rum, du rappst sogar in Kaufpassagen. Hartz 4, fisch den Staat, ich zahl keine Steuermann. SOS, yeah, ich spiel hier den Steuermann. Yeah. Und es gibt immer noch keine 16 Zeilen. Nach vier Jahren nicht. Niemals. Danke für die Klicks. Dankeschön für nichts. Danke für die Klicks. Danke schön für nichts. Danke für die Klicks. Danke schön für nichts. Danke für die Klicks. Danke schön für nichts. Weitermachen. 2013. 1000 Abonnenten, Alter. Ey, Ben, wir haben noch 1000 Abonnenten. Jetzt, jetzt, genau jetzt, jetzt. Los, hochladen.